Jojo Leute, drop den Like, drop den Abo und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Außerdem, joind doch mal in Discord, um mal diesen Trolling-Videos mitzumachen und nun viel Spaß, Kuss geht raus. Jo Leute, was geht? Ich glaube, ich bin euch eine Entschuldigung schuldig. Es tut mir auf jeden Fall leid, seit ich die letzten Tage so inaktiv war. Nun bin ich wieder zu 100% dabei. Also seid gespannt, ich weiß, ich hab's schon oft gesagt, aber nun ist es wirklich so, ich bin back. Ich hab halt einfach YouTube vermisst. Hallo? Ja. Ähm, ich find den Shop nicht. Welchen, wie, welchen Shop denn? Hey, den Shop? Achso, der ist doch hier. Was machst du da? Ja, kannst du den blauen Kreis nicht sehen? Nee. Geh mal grad aus. Ja. Hey, er drückt mal E. Ja, hab ich. Ist gar nichts bei dir. Nee. Ich kann es dir zeigen, warte. Ich weiß nicht, ob mein E-Muskel kaputt ist. Also, genau da, wo du stehst, ist auch, der ist auch dick verdeutlicht, der blaue Kreis. Ja, ich seh nur so einen blauen Kreis, ich weiß halt nicht, was du meinst. Tschüss. Das war. Ey, bitte bann mich nicht. Mein Name ist Ron Weasley und ich besuche die Zauberschule. Hallo, der Herr. Ja. Ja. Meinen Sie Schein reisen lassen? Ja, natürlich. Dann kommen Sie einmal bitte mit. Ja, aber natürlich. Wie war das ausgesprochen? Ron Weasley. Ah, okay. Wie war dein Flugbau? Das ist einfach angenehm, Bruder. Ich bin mit Besen gekommen. Hey, ich weiß es nicht. Ja, egal. Da muss irgendjemand nach, glaube ich. Ja, wen mache ich nach? Ich weiß es nicht. Ey, Bruder, ich bin Ron Weasley. Sag mir nichts. Ey, Bruder, ich bin aus Hogwarts. Ey, ich seh gut. Ich bin ein bisschen zu setzen. Ich bin ein bisschen zu setzen. Einmal hinsetzen, bitte, ja? Ich bin ein bisschen zu setzen. Einmal hinsetzen. Truppo! Wissen Sie nicht, wen ich nachmache? Ne, das ist mir auch unsichtig. Kannst du dich einmal hinsetzen und einmal sowas von dir erzählen. Also, wie Sie wissen, bin ich Ron Weasley. Ich besuche aktuell die Hogwarts-Schule. Ich bin aktuell im dritten Semester. Mein bester Freund ist Harry Potter. Halt dich gut an. Ich bin gerade im Lippe-Jusser. Sag mir, dass du das noch einmal machen musst. Vielleicht ist die Leder enttäuschend, dass sie abbrischen. Ey, das war mein rpsischere Typ. Wenn du wirklich Controller bist und dies Rp spielen willst, was du sagst, dann... Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Ron Weasley. Nein, ich kenne keinen Ron Weasley, bro. Junge, kennst du Harry Potter? Nein. Du kennst nicht Harry Potter? Nein, bro. Mach mal so. Ich bin gar die Universität. Nein. Der Typ kennt keinen Harry Potter. Wo bin ich hier nur wieder gelandet? Vor allem ich und Trolling. Das sind zwei Fremdwörter. Ey, bro. Hallo? Jo, jo. Ja? Möchtest du eine Eule kaufen? Wie bitte? Möchtest du eine Eule kaufen? Eine Eule? Ja. Ja, ich will eine Eule kaufen. Äh, komm, steigen Sie auf. Ich nehme Sie kurz mit. Wissen Sie, wer ich bin? Ah, warte, mein Freund. Passiert hier mit mir? Ich bin Ron Weasley. Was passiert hier? Sprechen Sie mir nach. Ich spreche Ihnen nach, okay. Haben Sie eine Waffe? Vengardium Leviosa. Nein, das breche ich jetzt dich nach. Was wollen Sie? Entführen Sie mich gerade? Ja. Ich bin Ron Weasley. Oh, wer ist das denn da? Warum ist das ein roter PL? Anleiten oder Bannen? Anleiten oder Bannen? Was, Bruder? Wer bist du denn? Den Spruch hast du mir aber geklaut, Junge. Der Spruch ist lizenziert. Was ist los? Der Spruch ist lizenziert. Hallo, warum ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hallo. Der Spruch ist lizenziert. Hallo. Hallo, Hilfe. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hallo. Digga, was ist denn jetzt hier los? Schisch. Einfach ein Lambo. Ach, Mann, der ist zu. Ähm, Bro, könntest du mal kurz den Ferrari aufschließen? Hallo? Hallo? Könntest du kurz den Ferrari aufschließen? Oh, Mann, warum sind die so unhöflich? Vengardium Leviosa. Werde schneller als der Typ von... Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Lass mich jetzt nicht. Wollen Sie den Limbus 2000 kaufen? Nein. Wieso nicht? Wieso nochmal? Äh. Kauf den Limbus 2000. Oh, bist du wohl? Kauf den Limbus 2000. Drücke E, um zu schauen, woran die Person bewusstlos wurde. Der Schaden kommt von hier. Ey, oh mein Gott, jetzt bin ich viel schlauer als vorher. Dame. Ja, 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 ja. Kann man sich... Lass mal meine Freundin ruhen. Lass mal meine Freundin ruhen. Du kriegst einen Kopfschuss. Wie? Lass mal meine Freundin ruhen. Sehen Sie diese Waffe? Sehen Sie die Waffe hier? Sehen Sie die Waffe? Sie können aus den C3, C3. Was? Sie schießt aber nicht ab, alles gut. Sehen Sie die Waffe da oben? Ja, natürlich. Ich bin ein Weasley, ich kann die herbeizaubern. Jetzt klau ich sie. Mann, doch, ich bin Sim. Bist du ein Sim? Ja, dann muss ich mitkommen, komm. Ja, komm. Ja, Mann. Aber ey, ich komme nur, wenn du meine... Ja, klar, ich bin Mathelehrer. Nein, ich kann auch alleine laufen. Ja, dann beeile dich, bevor dein Freund kommt. Ey, Bruder, sie hat sich ab... Oh, oh. Nein, nein, nein. Ey, schau, 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 schau. Ey, schau. Lass sie auf. Aussteigen. Lass sie auf. Ah. Nein. Ey, nein, nein. Oh. Nein. Ja, dann kommen sie nicht mit. Ich bin ja auch... Ah. Keine kriegt den Balkan. Fahr weg, fahr weg. Fahr ein Stück weg. Tschüss. Ey, du weißt schon, die Straße gehört uns, Alter. Was? Die Straße gehört euch? Die Straße gehört... Oh, warte mal, Bruder. Oh, nee, ne? Ey, allgemeine Verkehrskontrolle, rechts ran. Mach keine Scheiße, fahre einfach weiter. Einmal bitte rechts ran. Hallo, wollt ihr auch zu rammen, links? Ja, ich möchte erst so kam, Bruder. Ja, komm her. Bruder, ich mach ein Bild hier. Ja, mach Bild. Mach jetzt Bild. Schett euch hin, Jungs. Schett euch hin, Jungs. Schett euch hin, Jungs, schett euch hin. Hälst euch ja, Wagen, hier. Mach Bild, mach Bild. Brauchen Sie ein Taxi? Ja. I want to drive to the... Ich will sie verarschen. Was redest du hier Englisch? What? Was für what, Junge? Dein Deutschakcent riege ich bis hier. Oh, warte kurz. Ich muss eine Prodigation einstellen. So. Kann du repeat? I don't understand. I am a... Digger, Hilfe. Bin ich hier im Englischkurs gelandet, oder was? I'm a Taxi-Driver, Bro. Yeah, I know. I don't have money, man. Junge, dieses... Ah, okay, Junge. Was für doll Hilfe. Digger, du redest diese deutsche Wörter und merkst es nicht mal. Ich werde jetzt Pedieler. Hallo. Hallo, der Herr. Ich möchte gerne Pedieler werden. Junge, ich will doch nur Pedieler werden. Hallo. Ja, was soll ich? Ich möchte gerne Pedieler werden. Ich kenn dich, oh mein Gott. Ich weiß ganz genau, wer du bist, mein Bester. Das können sie gar nicht wissen. Das ist geil. Außer, sie machen schlechtes AP. Machen sie gutes AP. Ist ja auszubildender. Genau. Geben sie sich. Ähm, soll ich ihm mal kurz was zeigen? Das ist ja ein Atmen. Ich werde gleich gebannt. Ich hatte einen Typen fett RDM'd. Tötest du jemanden in NPD? Der ist Schroller. Ich kenne seine Videos. Der macht ja auf TikTok und so. Oh, du hältst Hals wieder. Das merke ich mir. Doch, doch. Du machst... Ey, Bruder, ich setz Kopfgeld auf ihn aus. Wer mir in einem Video zeigt, wie er diesen Typen richtig fett VDM'd oder RDM'd. Bruder, den grüße ich sofort im nächsten Video. Also, er ist auf Neon V. Ey, yo, Mann. Hallo. Hallo. Ey, ich bin so breit hier. Lass mich nicht warten. Ich möchte ein PD-Dealer werden. Jetzt vergeben sie mir den Job. Bin ich. Das ist ja noch aggressiv. Ich bin da. Ich gehe jetzt ihren hässlichen PD-Wagen klauen. Oh nein, ich bin zu breit. Ich bin nicht so schnell. Oh, Herr, Bruder, hinten ist ein Motorradfahrer. Boom. Boom. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Boom. Ich habe ihn schon wieder nicht getroffen. Jetzt schießt er. Hilfe. Der Motorradfahrer wurde umgenietet. Aber des Todes wurde der umgenietet. Aber nicht von mir. Ist die Polizei auf mich oder was? Zu. Guck mal, wie die mit Fail-RP machen. Ehrenmänner. Bruder, wir machen einfach alle gemeinsam ein bisschen Fail-RP und so. Oh, mein Wagenbrett. Okay, jetzt muss ich ausstecken. Die werden mich einfach direkt töten. Ich sage es euch. Wisst ihr, was ich meine? Die machen nicht so, Hähn, du, Bruder, es knallt oder so. Nein, die schießen einfach direkt tot. Ich verstecke mich jetzt einfach im Container. Ah, ihr seid kacke. Gleich der Polizei. Die kann man sich halt einfach immer verstecken. Und niemand findet einen. Iiii, die Polizei sieht aber heute hässlich aus. Nee, es ist das FIB. Iiii. Iiii. Ich riskiere es, ich riskiere es. Oh, er hat abgeschlossen. Der irrennäre Mann. Oh, nein. Ah, 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 ah. Oh, yeah. Jetzt hat der Baffel dir nicht mal mehr geholfen. Und wieder zurück in mein schönes Versteck. Kann ich dran fahren? Was, Bruder? Bruder, was ist mit dir denn los, Digga? Du Fahrradkopf, geh mal weg. Hallo, wer sind sie? Was machen sie hier, sie boost? Hallo, was machen sie da? Dürfen sie nicht. Wer sind sie? Deine Mutter, Junge. Deine Mutter? Hier, da ist deine Mutter. Ah, kein Elm, kein Elm. Ah, oh, mein Gott, war das peinlich, Mann. Der Ladenraub schmeckt, würde ich sagen. Das war ja wirklich ein leichter Ladenraub. Wer sind sie? Haben sie gerade den Laden hier ausgeraubt? Nee, ich war eine Geisel. Der Ladenraub war schon längst weg. Recht ranfahren. Bruder, der ist selber rechts rangefahren, wie der fährt. Ey, Bruder, nicht schaisern. Ey, der Typ kann ja mal absolut gar nicht fahren. Wirklich 0,0. Ah, warum haben sie das gemacht? Ey, man geht, gibt's gar keinen Edge. Oh, ja, da liegt er. Gerdi, er ist in euch. Hallo, warum reden sie am Boden? Ey, er ist gecombatlockt. Oha, Bruder, da hinten läuft Mr. Combatlock. Ey, Bruder, bist du gerade gecombatlockt? Ich habe alles auf Dashcam, das sagst du gar nicht. Der Herr, ich kann mich nicht erinnern, was du sagst. Das ist auf Dashcam, das ist verboten. Ich rufe jetzt die Suppe, bleiben Sie hier, es wird ein Suppenfall. Es war kein Medic da. Hören Sie auf, einen Bonbon zu lutschen, ich rieche den bis hier. Woher wussten Sie das? Dann kommt hier der Admin. Nun, vorhin war kein Medic da, denkt sich, ich habe Bock, 10 Minuten zu lügen. Ja, das nennt man RP daher. Und wo sind wir hier? Auf einem Start. Auf einem RP-Start, und Sie machen kein RP. Dann schlagen Sie mich jetzt tot, und machen wir weiter. Okay. RP. Dann mache ich weiter mit meinem kollektiven RP, warten Sie. Okay, ich bin fertig. Ich gebe Ihnen die Erlaubnis zu Combatloggen.